Bei mir ist die Schrankwand über mir zusammengebrochen. Der Unfallort sorgt für sechs Wochen Kasse, reicht's. Denn hier und ich, denn hier und ich, ich kann nicht mehr links sorgen. Da müssen noch ein paar Rippen gebrochen sein. Das ist ja eine Verrückt, bei mir sind die Rippen rechts gebrochen. Naja, ich bin ja Linkshänder. Naja, ich dachte schon, ich hätte was falsch gemacht. Wissen Sie, früher ist der Fortschritt noch nicht so weit fortgeschritten worden. Da haben die Möbelhäuser zum Aufstellen der Wände immer nur zwei Monteure mitgeliefert. Ja, heute sind wir da schon viel weiter. Da bekommt man 26 Mark und 50 Montagekosten ersetzt. Montagekosten waren das? Ich dachte, das waren Vorschüsse. Schmerzensgeld. Schmerzensgeld, die paar Beulen wären doch aufgewogen durch die Freude, dass man endlich in der Schrankwand gekriegt hat. Dann noch eine unter 8000 Mark. Wissen Sie, der Handel, der spart pro Wand sechs Stunden Montagekosten. Dafür macht der Kunde sechs Wochen Kasse. Das ist die neue Sparsamkeitsmethode. Sparen mit jeder Marks können ruhig ein Tausender mehr kosten. Naja, aber der Schaden wird doch wenigstens auf breite Bevölkerungskreise verlagert. In ein paar Jahren sind wir da auch weiter. Wieso, gibt's dann wieder Monteure? Nee, mehr Bolli-Kliniken. Und dann gucken Sie doch hier, was hier steht. Wiederherstellung des Vertrauensfehler in der Personalpolitik. Das tut bei mir auch gerade stehen da. Oder hier neuer Kurs und dringende Maßnahmenbeschluss des Zentralkomitees der SED. Ich höre, Rene verrückt. Dasselbe steht bei mir hier. Dann gucken wir hier Diskussionen mit den Werktätigen über die Lage führender Vertreter von Partei- und Staatsführung in Berliner Großbetrieben. Das ist gut. Genau wie bei mir. Sagen Sie mal, Sie haben die gleiche Zeitung wie ich. Von wann ist denn Ihre? Vom November 1989. Meine ist von Juni. Ja, aber 53. Gut. Ja, aber... Sorry. Ich weiß nicht. Wie CRA fluent. tree statistisch. Aber there really ist sicherlich. Er hat mich miteinander abonnt. Nee.